Ist es wieder da? Ne, bei mir ist immer noch ein Offline angezeigt. Ist es wieder da? Ja. Ist es wieder gut. Ja, sorry Leute. Ich habe auf einmal Fehlermeldung bekommen. Wunderbar, das Team beendet. Sorry, sorry Leute. Echt. Ich wollte eigentlich jetzt nie mit der Weinstechen schliessen. Man fährt ja normalerweise nicht quer ab. Sorry für die Unterböschung. Ich weiß nicht, warum das Team auf einmal ausgehört ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hoffe das Team ist disabilities. Äh, Das war's für heute. Das hat ja auch noch nicht gehabt, ob das Trieb einfach aussehen ist. Irgendwann ist das das erste Mal. Ist so. Dann auf jeden Fall einen schönen Feierabend gewünscht. Und auf jeden Fall einen ruhigen Nachmittag. Oh, bittubittu. Nein, Sven, nein. Ich bin wieder da. Ja. Janik, morgen. Läuft der Stream flüssig, Leute? Also bei mir, ja. Ich würde schätzen, oder? Ja, ja. Gifbitts morgen. Was ist denn was los, warum der Stream immer auf einmal aussehen ist? Ich hab auch das Gefühl, dass hier irgendwie der Stream... Siehste? Ich wusste das. Ich seh das nämlich selber. Ich hab zwar keine ausgelassenen Frames, aber ich hab das Gefühl, dass das Bild hinterher hängt. Das zieht so hinterher. Was ist denn da heute los? Ja, genau. Und genauso sieht es bei mir eigentlich auch aus. Ich hab da sonst nie so Probleme. Lief doch sonst immer flüssig, oder nicht? Ich würde sagen, dass es nicht flüssig laufen würde, ja. Sonst war es immer flüssig, ne? Okay, passt auf Chat. Ganz kurz. Nicht erschrecken. Ich hab da vielleicht schon ne Vorahnung. Das ist eine Vorahnung. Passt. 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 Ja. Jetzt mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ja, Sacha, ich kenn das auch nicht bei mir normalerweise Luft. Ist es jetzt besser? Ne. Etwas besser. Aber nicht ganz, ne? Was ist denn da los? Das hab ich schon sonst nie gehabt. Tja, aber da kommen nur 40 FPS an. Normalerweise stream ich auf 60 FPS konstant. Aber ich erreiche die komischerweise nicht. Die Bewegung ist flüssiger, jedoch hängt es ja etwas hinterher auf. Du verstehst? Ja, ich verstehe. Ich seh das selber. Ich seh das selber, wenn ich es so mache. Das hängt hinterher. Okay, Leute, ich teste ganz kurz was. Bleibt hier drin. Ich starte gleich wieder. Minute. Einfach hier drin bleiben. Dann läuft der Stream weiter. Also nicht erschreckt, wenn man da jetzt offline steht, ja? Geht direkt weiter, Leute. Okay. 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 Okay.